Na gut, könnte man sagen, ich habe doch nichts zu verbergen, also habe ich auch nichts zu befürchten. Dieser Satz ist nachweislich falsch, siehe BKA-Datenskandal beim G20-Gipfel. Menschen, die eben nichts zu verbergen hatten, wurden auf einmal verdächtig, politisch motivierte Straftäter zu sein. Das kann offenbar jeden treffen und ist ein Riesenthema, nur nicht bei uns im Bundestagswahlkampf. Dabei ist ein solches Szenario, wie das in der Verfilmung des Bestsellers The Circle, schon ziemlich nah dran an der Realität. Oder hinkt es ihr womöglich sogar schon hinterher? Du hast den Job beim Circle. May Hollands Traum ist wahr geworden. Ein Job beim Circle, einem fiktiven Internet-Giganten aus dem Silicon Valley. Mit einem Firmencampus wie einem Wellness-Zoo für die Elite von morgen. Petherball, Langbahnpool, Abhängpool, Hunde-Yoga. Mit Steve Jobs' würdigem Erlöser-Pathos spielt Tom Hanks einen der Gründerväter des Konzerns. Wir hören und sehen einfach alles. Was passiert, wird bekannt sein. Eine einfache Idee hat das Internet revolutioniert. Eine Identität, ein Passwort für alles. Kein Versteckspiel mehr und keine Lügen. Etwas zu wissen ist gut. Aber alles zu wissen ist besser. Um sich im Circle hochzuarbeiten, unterwirft sich May einer Mitarbeiterbewertung, einem Ranking, schluckt einen Überwachungschip und überträgt ihr Leben per Livestream rund um die Uhr. Guten Morgen, liebe Welt. Durch totale Transparenz zu einer besseren Welt? Eine sehr gute Idee. Aber wie viele gute Ideen kann sie schnell in eine totalitäre Zukunft führen. Dass das nicht gut geht, kann man sich ausrechnen. Den subtilen Horror von Dave Eggers Romanvorlage lässt die etwas hölzerne Verfilmung vermissen. Vielleicht auch, weil wir uns seit Erscheinen des Bestsellers vor vier Jahren an vieles gewöhnt haben. Mehr Videoüberwachung? Seit den Terrorattacken halten das viele für eine gute Idee. Klarnamenpflicht im Netz? Könnte den Umgangston bedeutend verbessern. IT-Konzerne, die mit persönlichen Daten handeln? Schon heute die Geschäftsgrundlage von Google, Facebook und Co. Sind das alle? Jeder Schritt, den du machst, jeder Atemzug, alles wird hier gespeichert. Die können das nutzen, wie auch immer sie wollen. Die werden analysiert. Die Daten aller beim Circle werden ausgewertet und zu Geld gemacht. Beunruhigender als jeder Film ist unsere Gegenwart. Der Warenfluss der Zukunft ist unsichtbar. Mit Big Data wird der Mensch selbst zum Rohstoff und persönliche Daten zum Öl der Digitalwirtschaft. Was das System heute schon kann, darüber haben die Hamburger Filmemacher Matthias Heder und Monika Hielscher einen aufrüttelnden Dokumentarfilm gedreht. Pre-Crime beschäftigt sich mit der Kriminalistik der Zukunft. Die Entwickler dieser Projekte, die darauf abzielen, aufgrund von Datenanalysen und bestimmten Algorithmen zu errechnen, wann, an welchem Ort ein Verbrechen mit großer Wahrscheinlichkeit passieren wird, das wird so unter dem Begriff Pre-Crime zusammengefasst. Das heißt, der alte Traum des Polizisten, vor der Tat am Tatort zu sein. Was nach Science-Fiction klingt, wird bereits eingesetzt. Zum Beispiel in München. Hier berechnen Algorithmen, in welchem Viertel wohl die nächste Straftat begangen wird. Ein Ranking gefährdeter Stadtteile? Warum nicht? Aber ein Ranking potenzieller Täter gibt es auch schon in Chicago. Stellen Sie sich vor, eines Tages klingelt die Polizei an ihrer Tür und warnt sie. Ein Computerprogramm habe errechnet, sie gehören in Zukunft zu den gefährlichsten Personen der Stadt. So erging es Robert McDaniel. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sich weiterhin kriminell zu betätigen, sollten Sie wissen, wir werden Sie verurteilen und mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgen. Seit drei Jahren führt Chicago die sogenannte Heat List. Ein Ranking potenziell gefährlicher Gewalttäter. Er rechnet aufgrund aller zugänglichen Daten, von der Sozialversicherung bis zu Social Media. Robert McDaniel hatte das Pech, in der falschen Nachbarschaft zu wohnen, Bagatelldelikte begangen und mit einem Mordopfer befreundet gewesen zu sein. Wie er auf die Liste kam, weiß er nicht. Und wie er wieder runterkommt, erst recht nicht. Wenn die Polizei als öffentliche Einrichtung mit Algorithmen arbeitet zur Prävention, dann müssen diese Algorithmen öffentlich gemacht werden. Das heißt, sie müssen einer öffentlichen demokratischen Kontrolle unterliegen. Und das tun sie eben nicht. Und das tun sie aus dem Grunde nicht, weil die Polizei bei der Privatwirtschaft einkauft, diese Algorithmen und Programme, oder aber in Zusammenarbeit, in Public-Private-Partnership, diese Programme entwickelt. Und weil die private Seite immer ein Patentinteresse und immer ein Verkaufsinteresse, immer ein Profitinteresse hat, gibt es keine Möglichkeit, dass diese Algorithmen veröffentlicht werden. Und das, glaube ich, ist das große Problem. Ranglisten gefährdeter Stadtviertel oder potenzieller Straftäter sind jedoch nur der Anfang. Totalitäre Staaten erhoffen sich von Big Data die totale Kontrolle. Bis 2020 will China alle Bürger einem Ranking unterwerfen. In Shanghai und einem Dutzend anderer Städte laufen bereits Pilotversuche. Eine Smartphone-App misst die Ehrlichkeit der Menschen. Schon harmlose Vergehen wie zu lautes Hupen führen zu Punkteabzug und öffentlichem Anprangern. Der nächste Kredit, die nächste Auslandsreise, ein weiteres Kind, gibt's künftig nur bei Wohlverhalten. Ein Algorithmus, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. In dem Moment, wo sie an deine Tür klopfen, dann erst wirst du wach werden. Und genau so ist das, ja. Vielleicht gelingt es einem Film wie The Circle, die nötige Debatte anzustoßen. Sonst bleibt nur ein verzweifelter Schritt. Alles abschalten. Die Datensammelei wird natürlich insgesamt nicht aufhören. Im Gegenteil, sie wird zunehmen. Und das muss auch gar nicht schlecht sein. Nur sollten wir uns als Gesellschaft eben besser darauf verständigen, wer sammelt Daten, wer kontrolliert den Sammler, wie viele Daten und vor allem, wer profitiert am Ende von ihnen?